Musik Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Musik Gleich nach den Seligpreisungen steht dieser Satz am Anfang der Bergpredigt. Jesus aber lehrte die Jünger, und die sollten das Gehörte weitergeben. Ihnen galt als Ersten diese Zusage. Ihr seid das Salz der Erde. Was sollten sie also weitergeben? Man könnte meinen, sie sollten zu den anderen Menschen in einer bestimmten Art sprechen. Nämlich sozusagen mit Salz bestreute Worte. Wie es Kolosser 4, Vers 6 heißt, eure Rede sei allezeit lieblich, mit Salz gewürzt. Hoffnung für alle, diese Bibelversion, erklärt das mit den Worten gut und hilfreich. Die Zürcher Bibel gibt den Hinweis, dass eine gesalzene Rede den fragenden Rede und Antwort steht. Die gute Nachricht übersetzt, für jeden und jede eine treffende Antwort finden. Man kann das Salzen von der praktischen Anwendung aus gut verstehen. Eine Tomate schmeckt mehr nach Tomate, eine Gurke mehr nach Gurke. Und so kommt durch die Empathie und Freundlichkeit die gute Nachricht von Gottes Liebe geschmackvoller heraus, wie wenn sie nur als die rechte Lehre und das einzig Wahre präsentiert wird. Achten wir jedoch genau auf die Worte Jesu, so fällt auf, dass er nicht die Art zu sprechen meint. Er hat die Jünger selber mit dem Salz verglichen. Ihr seid das Salz der Erde. Also geht es ihm um etwas ganz anderes. Wie kann ein Mensch Salz sein? Was für ein Rätsel. All die Jahre bin ich beim Predigen und im Religionsunterricht nicht über die Tomaten und das Salz hinausgekommen. Das ist so anschaulich, wenn ein Konfirmand im Gottesdienst nach vorne kommen darf, eine Gurke zerlegt und sie den anderen dann zum Probieren gibt. Zuerst eine Scheibe ohne und dann eine Scheibe mit Salz. Wie schmeckt das? Irgendwann haben meine Frau und ich eine kleine Liturgie für die Begrüßung des Sonntags am Samstagabend mitgemacht. Da wird ein Zopfbrot geteilt und mit Salz bestreut. Der Kommentar Nie darfst du das Salz des Bundes mit deinem Gott vergessen. Das kommt aus der Tradition Israels, von der Schabbatbegrüßung. Alle deine Speiseopfergaben sollst du salzen, wird da 3. Mose 2, Vers 13 zitiert. Du sollst das Salz des Bundes nie fehlen lassen. Salz als Zeichen des Bundes mit Gott. Wer Salz auf sein Brot streut, bekennt damit, Gott ist für uns, er ist mit uns und wir gehören zu ihm. Wir sein Volk. Den Jüngern war diese Praxis vertraut. Sie verstanden sofort, wir repräsentieren den Bund mit Gott. Wir stehen vor den Menschen dafür ein. Ja, Gott ist für uns. Sein Bund ist nicht hinfällig, wenn Schwierigkeiten auftreten oder ein Unglück geschieht. Im Markus-Evangelium lesen wir die Mahnung Jesu. Habt Salz in euch. Ist das nicht die Gewissheit, mit dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs verbündet zu sein, zu ihm zu gehören? Ist das nicht die Gabe des Heiligen Geistes, zu wissen, wer man in Gottes Augen ist? Ist er nicht das Salz, mit dem ein Mensch in allen Anfechtungen erhalten und bewahrt wird zum ewigen Leben? Diese Salzkraft zu bewahren und der Welt zur Verfügung zu stellen, ist die Aufgabe der Jünger Jesu. Im Kommentar zum Markus-Evangelium von Walter Grundmann lese ich, Im Dienst der Friedenschaft und Erheld kommt die Salzkraft zur Wirkung, die die Schöpfung Gottes vor dem Verfaulen bewahrt. Wer dieses Salz in sich hat, der wird auch seine Reden damit geschmackvoll machen. Insofern kommt es durchaus darauf an, dass Jünger Jesu angemessen über ihren Glauben sprechen, gut und hilfreich Rede und Antwort stehen, gewürzt mit der Gewissheit, dass Gott treu ist und verlässlich. Glockenläuten Glockenläuten Untertitelung des ZDF, 2020